Moin Leute, ich habe mir gedacht, da ihr in letzter Zeit so viele Kommentare gemacht habt, gibt es heute mal wieder ein Kommentiert-Kommentare. Ich glaube, das ist Teil 8, wenn ich mich da nicht täusche. Also fangen wir gleich an. Organist Gedankt 8, wie immer, Hashtag Robin ist dumm, weil Bayern Fan ist. Darauf, der Dessel, sei bitte leise. Dazu sage ich nur eins. Jeder ist der Fan von seinem Verein, den er gerne mag. Und da werde ich mir von dir Gedankt 8 auch nicht sagen lassen, was ich für ein Fan bin. Jetzt zu dem gleichen Video kommt ein Kommentar von dem sechsten Teil, glaube ich, oder dem siebten. Schrieb er, Robin, ich liebe dich. Ich habe darauf geschrieben. Beweis mir das. Er hat ja auch einen YouTube-Kanal. Dann soll er da ein Video drauf machen, wo er mir das beweist. Pauz-Kommentare-ACC Hast du keine Angst, dass jetzt Leute zu dir kommen und dir auf die Nerven gehen? Vor allem, wenn man größer wird, kommt es häufiger vor. Nein, da habe ich keine Angst. Ich habe das jetzt schon ziemlich lange und hat meiner Kanal-Info drin stehen, welche Adresse ich habe und ich glaube nicht. Und wenn, kann man sich ja Hilfe besorgen. Und wenn es ganz ausartet, hilft dann nur noch die Polizei. Aber ich denke mal nicht, dass es zu Komplikationen kommt. Kupi Wissing, Alter, das ist echt schlechter Content auf deinem Kanal. Da rauf der Dessel. Kupi Wissing, sei leise. Pack dir erstmal an deine eigene Nase. Ja, lieber Kupi Wissing, ich war gestern mal auf deinem Kanal. Ein Video. Top. Von Abonnenten brauche ich gar nicht drüber sprechen. Ich bin auf dem besten Wege, 700 Abonnenten zu erreichen. Es fehlen dann auch noch ein paar. Und ja. Was soll ich dazu sagen? Angie Merkel hat geschrieben, gute Besserung. Auch dir nochmal Dankeschön. Da ich ja immer noch krankgeschrieben bin. Bis Freitag. Jans Block schrieb, immer weitermachen. Immer weiter. Ja, werde ich natürlich auch machen. Der Weg ist das Ziel. Lord Proper schrieb, Nirobe, den Schokoladenvergleich fand ich am besten. Es ging da um den Schokoladenvergleich zwischen Sex und Schokolade. Den gibt es natürlich auf meinem Kanal. Auf meinem Kanal einfach suchen und dann findet ihr das schon. Fbo schrieb, hast du schon Pläne für ein 700 Abonnenten-Spezial? Ja, es ist ein sehr hochwertiger und sehr umfangreicher Plan. Aber ich denke, der will gut. Der Neunfingerlogen. Hashtag Robin wird wieder gesund. Hashtag Witze und Hashtag Robin macht weiter. Dankeschön, lieber Neunfingerlogen. Solche Kommentare höre ich am liebsten. Denn dadurch weiß ich, dass sie auch zu mir altert. Auch in schwierigen Zeiten. Zu Artizy HD 3D. Tolles Video zu meiner Lieblingsschokolade. Ja, finde ich auch. Deswegen habe ich mir auch die Mühe gemacht, darüber ein Video zu machen. Ja, und dazu auch noch eine kleine Info. Ich hatte am Schluss gesagt von diesem Video, was ich euch da unten verlinken werde. Top 10 am Ende. Natürlich ist es nur die Top 5. Ja, aber jenen YouTuber passieren mal solche Fehler. Evelina Spürer. Kinderriegel sind ja gut. Aber wo ist Duplo? Duplo sind bei mir leider nur auf Plan 6. Ich finde sie nicht so toll. Sie haben nicht den Charakter wie Kinderriegel. Das musst du verstehen. Bazooka Joy Ulrich. Ich mag keine Kinderriegel. Weil sie von Ferrero stammen. Welche Kinderarbeiter schützen. Aber Chateau ist gut. Ja, ich bin auch nicht deiner Meinung. Weil, ähm, ist zwar Kinderarbeit, aber Schokolade bleibt Schokolade. Der Leon, du nimmst nie meine Kommis. Ja, sorry. Aber immer wenn ich deine Kommentare sehe, denke ich, die passen nicht in dieses Video rein. Aber jetzt bist du ja drinnen. Martini Autism 2002. Robin, kannst du versuchen Vlogs zu machen? Ja, ich habe schon sehr viele Vlogs auf meinem Kanal, die ich sehr gut finde. Ja, finde ich gut. Ja, finde ich super. Ich finde auch immer schön, wie ihr meine Vlogs schaut. Also, schaut mal rein. Ja, und Leonidas, Sparta, all die Schokolade ist die billigste. So eine Nusstafel für 70 Cent, das kann nur klasse Qualität sein. Aber ich sage nur, schmecken tut sie trotzdem. Ja, ich kann mir im Moment nicht viel mehr leisten, durch meine Behinderung und durch meine Arbeit. Da wird nichts. Ja, und das war wieder mein Kommentiert-Kommentare. Ciao mit V, euer Robin.